Wie lange bleiben denn weiße Klamotten bei dir wirklich weiß? Oder bist du auch jemand, der dann da schnell Flecken drin hat? Hallo ihr großen und kleinen Träumer da draußen. Mein Name ist Damakasch und du siehst mein Gestüt. Ein Leben für die Pferde. Und ich bin hier mit Luna schon mal hingeritten zum Bootshausrennen. Denn es gilt natürlich jetzt die Rennen hier in dem neuen Gebiet zu machen. Und da gerade Mittwoch ist, im Spiel ist halt Mittwoch, mache ich das mal. Das Hufeisen, das kann ich jetzt leider nicht einsammeln. Ich muss jetzt hier über die Hürden springen. Und ich hoffe, dass ich das gut meister. Ich kenne das Rennen natürlich wieder nicht, wie das dann immer so ist. Und obala, ach da lang, okay. Ich hoffe, oh, 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 scharfe Kurve, scharfe Kurve. Oh Gott, da fast wäre ich durch die Höhle geritten. Das ist, wenn man das nicht kennt, ne? Immer nicht so leicht. Und dann gibt es ja auch noch eine Zeit zu schlagen. Ihr habt euch in der letzten Folge gewünscht, ich möchte bitte was mit der süßen kleinen Flocke machen. Das mache ich dann, wenn ich mit dem Rennen fertig bin, würde ich sagen. Dann kümmere ich mich um Flocke. Dann kann man da einen Ausritt machen. Das ist sich gewünscht worden. Und das mache ich sehr gern. Aber das Rennen konnte ich mit Flocke nicht reiten. Das, da bleibt mir nur Luna zu nehmen. Und ich gucke jetzt mal, dass ich hier ein bisschen das Herzchen wieder aufladen lasse. So, und jetzt hier aber. Gib alles. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das sind aber wieder viele Kufen hier, obwohl mir gefällt das hier mit dem, oh Gott, mit dem Bootssteg. Und das ist ja total schön. Hier bin ich ja noch gar nicht hingeritten, ne? Lauf schneller, schneller, schneller. Hier bin ich ja noch gar nicht gewesen. Guck mal, das sieht man auch, weil hier auch noch das Hufeisen ist. Aber auch darum kümmere ich mich dann ein anderes Mal. So wichtig ist das jetzt nicht mit dem Hufeisen. Natürlich möchte ich die Sachen dann schon irgendwie einsammeln. Aber jetzt ist erst mal das Ergebnis des Rennens wichtig, denke ich. So, hier noch. Ich hoffe, ich bin gleich da. Denn zeitlich wird es jetzt knapp langsam. Mensch. Geschafft. Geschafft. Ja, hat sie auch gesagt, ne? Geschafft. Hervorragend. Oh, 500 Credits gewonnen. Und für die Stromschnellen qualifiziert. Das ist natürlich perfekt, oder? Sehr gut. Und dann kehre ich auch zum Hof zurück und werde mich jetzt dann nämlich gleich um die süße Flocke kümmern. Aber ich wollte gerne das Rennen gemacht haben. Weißt du, dann habe ich das fertig. Das ist ja Voraussetzung für die nächste Sternebewertung. Und deswegen, ja, geht das ja nicht anders, ne? Was soll ich machen? So, auf geht's. Dann kann Luna wieder auf die Koppel zurück. Der Stall ist jetzt ausgebaut. Hier haben wir jetzt noch mehr Pferde Platz. Das ist natürlich schön. Oh, voilà. Unser Fohlen ist natürlich noch nicht weiter. Noch nicht weiter und noch nicht da und noch nicht fertig gezüchtet und so. So, Flocke. Liebe süße Flocke. Ach ne, ich habe doch gar keinen Fohlen hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Habe ich nicht eins gezüchtet? Ich, hä? Na, ich nehme jetzt erst mal mir Flocke. Komm her, du. Flocke. Mal gucken, ob da das Vertrauen reicht. Das weiß ich gerade nicht. Oder ob ich da erst putzen muss. Das könnte natürlich sein. Ja, ich muss erst putzeln. Putzeln? Ich muss erst das Pferd putzeln. Das dachte ich mir schon. Dass das mit dem Vertrauen nicht ganz ausreicht. Aber dann kriegt Flocke jetzt. Cookie ist auf der Koppel. Flocke ist bei mir. Okay. Sehr gut. Und dann kann ich nämlich jetzt hier gleich zum Putzen übergehen. Hufe reinigen fange ich mal an. Das schafft auch immer Vertrauen. So. Und Vertrauen brauche ich ja. Ne, andere Seite. So. Na siehste, guck mal. Das war ja der schnellste Huft meiner Ausputzkarriere. So. So, da mache ich hier mal vernünftig. Sauber. Also ich denke, dass das ganz gut ist, dass man die Pferde hier so auch auf die Koppel stellen kann. Ne, wenn die alle im Stall wären und man müsste die noch alle jeden Tag füttern und machen und tun. Nun, also zum einen ist das Füttern natürlich auch relativ teuer und so. Und zum anderen ist es natürlich auch ein bisschen schwierig, sich dann um alle so zu kümmern, oder? Also ich finde es schöner, wenn die da auf der Koppel stehen, Gott sei Dank. Weil dann kannst du immer die, die du gerade brauchst, kannst du dir rausholen und dann dich da einfach intensiv drum kümmern. Ich glaube, das ist ganz gut so. Das mit dem Vertrauen, das verschwindet dann aber auch relativ schnell. Also man muss dann schon immer erst wieder ein bisschen was tun, bevor man dann da reiten kann. Aber gut, so ist das, ne? Das kann man halt nicht ändern. Dann muss man das halt mal machen. So. Jetzt fehlt mir ja nur noch ein einziger Stern, ne? Und dann war es das auch schon tatsächlich. Ich muss mal schauen, aber ich muss noch so viel ausbauen. Das Gästehaus muss, glaube ich, jetzt noch zweimal ausgebaut werden. Den Stall habe ich ja schon ausgebaut. Ich finde, der ist auch schon ganz schön groß. Man könnte eigentlich, weißt du, was noch toll wäre, wenn man so Gastpferde nehmen könnte, die dann, weißt du, die sich so einmieten. Weil ich habe jetzt ja Boxen leer. Ich brauche die ja gar nicht alle für meine Pferde. Und das wäre schon eigentlich ganz toll, wenn man sagen könnte, ich vermiete Boxen oder so. Das würde nochmal Geld reinbringen, ohne dass man dafür viel machen müsste. Denn momentan ist natürlich auch das Geldverdienen ein bisschen schwierig, sage ich mal. Weil das Geld nicht viel mehr wird. Also das muss man tatsächlich sagen. Okay, weiter putzen. Das Vertrauen passt noch nicht. Deswegen muss ich noch putzen, auch wenn Flocke blitzeblank sauber ist. So, jetzt aber. Sehr gut. Also wie gesagt, das mit dem Geld finde ich tatsächlich alles ein bisschen schwierig. So, komm Flocke. Pferd führen. So. Ich glaube, ich gehe dann nochmal mit ihr in die Berge. Da war ich das letzte Mal gar nicht fertig mit erkunden. In der letzten Folge bin ich ja gar nicht fertig geworden. Ich denke, das mache ich dann jetzt am einfachsten. So, jetzt nehme ich hier mal den schwarzen Sattel. Ach, das sieht doch sehr schön aus. Sehr, sehr hübsch. Ein weißer Sattel ist bestimmt auch, der wird ja so schnell dreckig. Das ist bestimmt nicht so toll. Das ist wie mit weißen Klamotten, oder? Also ich weiß nicht, ich habe, wenn ich so weiße T-Shirts oder so habe oder keine Ahnung, egal was, dann... Achso, nee, andere Richtung. Dann muss ich ja mal ehrlich zugeben, ich habe da immer sofort irgendwelche Flecken drin. Also für mich weiße Klamotten zu holen ist einfach so sinnlos, weil ich einfach... Ich hole die Hufeisen da hinten, weil ich einfach immer ruckzuck mir irgendwas irgendwo hinschmodder. Ob das dann Kaffee ist oder Ketchup oder irgendwas. Ich bin so eine Kleckersuse. Das ist echt schlimm bei mir. Ich glaube, das wird jetzt meine Frage der Folge. Wie lange bleiben denn weiße Klamotten bei dir wirklich weiß? Oder bist du auch jemand, der dann da schnell Flecken drin hat? Ich kann das einfach echt. Also, ja, ich weiß auch nicht. So, guck mal. Flocke kann noch nicht so wirklich gut springen. Also geschickt ist Flocke nicht, aber das macht nichts. Das ist halt bei den gekauften Pferden so. Ich mache jetzt hier einfach einen schönen Ausritt. Für die Rennen habe ich ja Luna und deswegen ist das nicht so wild. Guck aber, wie hübsch, gell? Ah. Ich muss mal umdrehen. Das habe ich jetzt hier verpasst, das Hufeisen. So. Guck mal, und ich glaube, da hinten war noch eins. Ich reite jetzt hier mal Richtung Boot. Auf den Steg. So. Ach ja, hübsch ist das hier. An so einem Bootshaus, da könnte ich es auch aushalten. Obwohl im Sommer hast du natürlich da die vielen Mücken, ne? Also, hast du durch das Wasser... Oh. Kann ich hier nicht lang? Hä? Konnte ich hier nicht beim Rennen lang? Bin ich hier nicht beim Rennen lang? Erritten doch. Ich bin doch noch nicht... Ich bin doch noch nicht total vergesslich. So lange ist das Rennen ja nun noch nicht her. Ja, ist nicht so schlimm. Ich düse hier jetzt dann einfach weiter. Ist ja nicht so wild. Oh, das ist aber wirklich ein riesiges Gebiet, oder? Also, das ist wirklich... Das ist so groß. Das ist total cool. Auch mit dem Schilfrohr hier an der Seite. Na, guck mal, wie hübsch das aussieht. Das ist echt sehr, sehr schön. Das gefällt mir total. Ich glaube, da vorne war auch noch ein Weg weiter. Da gucke ich mal. Ob man da... Weißt du, ob man da so zwischen den Bergen durchkommt? Vielleicht habe ich mich auch verguckt. Ach, das war das da vorne. Warte mal, war das hier? Ne. Aber hier ist noch ein Hufeisen. Guck mal. Das könnte ich mal noch einsammeln. Das nehme ich natürlich noch mit. Wenn ich ja eh unterwegs bin. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass ich die Hufeisen noch großartig... Oh, oh. Ja, du sollst ja auch nicht gegen den Baum reiten, Schatz. Ich glaube nicht, dass ich die Hufeisen noch großartig brauchen und benutzen werde, weil ich werde jetzt die Pferde, die ich noch brauche, werde ich züchten. Und dann habe ich eigentlich auch genug Pferde, muss ich sagen. Oh, ach, komm schon. Also wirklich, ich wollte eigentlich darüber springen. Ja, da muss ich Anlauf nehmen jetzt. Na, das ist ja auch was. Okay, komm her. Da muss ich da nochmal zurück und einmal Anlauf nehmen. Weil wenn ich dann... Ich glaube, ich brauche... Ich muss gleich mal gucken, wie viele Pferde ich brauche. Ich glaube, eins brauche ich dann noch, ne? Gezüchtet hatte ich ja. Das ist nur noch nicht so weit. Oh, voilà. Und da muss ich mal schauen. Guck mal, hier kommt man doch lang, oder wie? Ja, guck, hier kann man lang reiten. Das mache ich. Und dann gucke ich einfach mal, wie das ist, weil mehr Pferde brauche ich dann nicht. Das heißt, da brauche ich die Hufeisen eigentlich nicht. Dann bräuchte ich das höchstens für Ausrüstung oder so. Und da braucht man ja eigentlich nicht so viel. Ach, guck mal, ja. Ja, mit dem Schilf, das gefällt mir halt echt. Da komme ich so jetzt gar nicht rüber, ne? Mal gucken. Guck mal, aber hier kann man hier so am Wasser lang galoppieren. Wie cool. Wuhu. So, mal, von der Seite. Wie schön auch. Guck mal, wie sich die Mähne so bewegt und die Beine so im Wasser. Das ist schon echt toll. Das gefällt mir sehr. Ach, da vorne komme ich rüber. Guck mal, da ist ein Weg. Ich finde im Leben nicht zurück. Gott sei Dank kann ich automatisch zum Hof gebracht werden, wenn ich die Leertaste drücke. Sonst würde ich nicht zurückfinden. Auch nicht mit Karte, weil ich Karten lesen nämlich leider auch nicht kann. Also, nicht so gut. Ich muss mich da immer, ich brauche da immer ein bisschen, bis ich mich orientiert habe. Das ist immer gar nicht so einfach. So, ach, hier ist noch ein Rennen. Guck mal. Das kann ich aber ja mit ihr eh nicht machen. So, das Hufeisen nehme ich natürlich mit. Na, plus fünf immerhin, ne? So, und dann geht es da vorne. Und da geht es dann noch weiter. Ne, ich gehe da mal gucken, wo ich da dann rauskomme. Ja, irgendwo werde ich schon landen mit der kleinen süßen Flocke. Das ist ja cool. Ich glaube, da konnte man hier noch weiter, oder? Hier, ich gehe mal da so den Wald lang. So, ah ja, aber da sieht es dann so aus, als ob so langsam die Karte dem Ende entgegen geht. Ich glaube, da geht es dann nicht mehr viel weiter. Mal schauen, ob man da irgendwie noch rumreiten kann, oder so. Guck, wie hübsch. Ah, ich mag das total. Upsala, vielleicht nicht unbedingt gegen den Baum. Das mag Flocke dann wahrscheinlich nicht so sehr. Auch mit dem, ich weiß nicht, ist das Lavendel oder Flie? Ja, Lavendel dürfte das sein, ne? Hier, oder Heidekraut oder so, was da so wächst. Das ist echt sehr hübsch geworden. Na, aber, wo komme ich hier denn hin? Also, weil, weißt du, ich reite jetzt ja hier, weiß ich wohin, um Gottes Willen. Soll ich mal auf die Karte gucken? Komm, ich gucke mal auf die Karte. Wo bin ich denn? Ach, ich bin hier oben jetzt. Hier ist dann noch eine Höhle, schau. Ja, hier bin ich auch noch nicht gewesen, das stimmt. Ach, ich wollte sowieso mal gucken. Was muss ich denn noch machen? Entwickle einen Stall mit neuen Boxen. Das habe ich und verbessere das Gästehaus zweimal. Okay. Und was habe ich hier an Informationen? Ach so, das ist, guck mal, 18 von 30 Hufeisen. Fast über die Hälfte, das ist eigentlich gut. Kann man sich nicht beklagen. Ach so, kann ich das wieder ausmachen? Oh, voilà. Einmal hier rum. Und dann kann man hier einmal so rumreiten. Ah ja, ich verstehe schon. Ähm, und wie viele Pferde braucht man? Acht. Acht Pferde, okay. Na gut. Ähm, hier einmal hin. Guck mal, wie schön der Hintergrund ist. Guck mal. Hey. Hey. Guck mal, das sieht ja cool aus hier mit dem Berg. Leider kann ich die Kamera nicht so drehen, dass man den ganzen Berg sehen würde. Schade. Aber es sieht sehr cool aus. Ne, auch so mit den Bäumen, die dann da so auf den Hügeln sind und so. Schon toll. So, mal gucken, ob in der Höhle noch was drin ist. Vielleicht gibt es hier ja noch irgendwas. Außer große Steine. Oder war ich in dieser Höhle schon? Ich weiß das wieder nicht. Ich sehe auf alle Fälle hier jetzt gerade nichts mehr. Und ich würde vermuten, hier war bestimmt Hufeisentechnisch was drin, oder? Das ist ja cool. Ja, wirklich, total schön. Also, es gefällt mir sehr. Ein schönes Gebiet. Welches ist so dein Lieblingsgebiet hier bei dem Spiel bis jetzt? Also, wenn du die Folgen gesehen hast, dann hast du ja die anderen Gebiete gesehen. Also, ich muss sagen, ich finde das jetzt hier schon am schönsten. Weil hier ist so Wasser und Berge und Wald und so. Alles so ein bisschen mit den Höhlen finde ich total toll gemacht. Und das erste Gebiet mit der Mühle und den Feldern und so. Finde ich eigentlich auch richtig, richtig schön geworden. Das zweite Gebiet gefällt mir wiederum nicht so gut. Also, das ist okay, aber ich finde es jetzt nicht super toll. Das hier finde ich aber echt am schönsten. Das ist echt toll geworden. Oder vorne ist noch ein Hufeisen. Das werde ich noch einsammeln. Und dann werde ich mit der süßen Flocke wieder zum Stall zurückkehren. Denn wenn ich einen Blick auf die Uhr riskiere, sehe ich, dass ich schon wieder am Ende der Folge angekommen bin. So, deswegen einmal zum Hof zurückkehren. Und dann kann die Flocke, oh voilà. So, dann kann die süße Flocke wieder auf die Koppel zurück. Ich danke dir jetzt auf alle Fälle sehr fürs dabei sein. Und ich hoffe, du bist auch nächstes Mal wieder mit am Start, wenn es beim Mein Gestüt weitergeht. Ich würde mich auf alle Fälle sehr freuen. Wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag. Und sag ciao, ciao. Deine Damakasch.